Dieser Tee war bereits fertig gekocht. Es mochte Lilly langweilig erscheinen, aber die Oberin trank für gewöhnlich Tee. Lilly wusste jetzt, dass man aus Tollkirschen ein Wahrheitsserum herstellen konnte. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn pure Wahrheit, eine Räubusch-Tollkirschen-Mischung. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben, aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Eine brennende Fackel hätte hier sicher mehr Licht ins Dunkel bringen können. Leider war die Fackel aus. Lilly war trotzdem stolz, so viel über die Funktionsweise von Fackeln zu wissen. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwas... Ach, das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas... Aber was tut sie denn da? Wie gehört, dass er keine sie... Aber was tut sie? Ja, kein sie... Lilly, du ungeschickter Nichtsnutz. Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Hm, das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze K-K-Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich K-K-K könnte, dann würde ich es K-K-K-K... Aber, aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee, ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo soll... Es mochte Lilly... Lilly vermutete, dass die Tollkirschen denselben Effekt erzielen würden wie Garretts Elixier. Zumindest einen ähnlichen. Jetzt mussten sie nur noch gekocht werden. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ja? Nein. Wollte nur sicher gehen. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Lillys Spezial-Tee war fertig. Lillys Spezial-Tee war fertig. Sie nannte ihn pure Wahrheit, eine Räubus-Tollkirschen-Mischung. Der Haken war nur für die Teekanne bestimmt. Hallo Lilly, du willst doch das? Irgendein... Es mochte Lilly langweilig ersch... Lillys Spezial-Tee war fertig. Sie nannte ihn... Na endlich... Es wurde ja auch Zeit... Dummes Kich, 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 Kich. Ist Ihnen nicht gut. Sie sind ja geradezu hysterisch. Es ist diese Stickerei. Sie erinnert mich an meine K-Zeit. Ich war so ein dummes Kühn. Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier. Ein Einhorn, ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Ach, dann haben sie diese Stickerei erstellt. Sotty starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein so dummes Kühn. Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Das war also die... Sotty. Oh, Sotty. Was habe ich dir nur angetan? Lassen Sie alles raus. Ein Jammer, dass ich meinen Notizblock nicht dabei habe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Lillys wollte sie lieber nicht ansprechen. Lillys hatte bereits genug Tassen. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Der lustige Hase mit den Leuchtopli. Du sollst nicht. Du sollst... Hallo, Lilli. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas... Die Oberin hatte die Angewohnheit. Auf die Karte würde sie sch... Sie rechnen. Warum sollte Lilli nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garrets Geheimraum. Warum müssen wir hier gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu flüchten. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taser-Pistole noch? Na klar. Andererseits hatte Garrett bisher selten daneben gelegen. Lilli würde es auf seine Weise probieren. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Lilli wollte es sich nicht pflanzen. Lilli hatte die Funktions- Manahm. Lilli wollte sie lieber die Erwachsenen. Es mochte Lilli. Gut gemacht, Lilli. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro. Direkt neben dem Außenkamin. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Hm, ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt. Die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Nein. Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert. Und vernichte ihn. Du sollst nicht mit Feuer spielen, boogie. 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 Bis zum nächsten Mal.